Mein Name ist Christoph, auf meiner Webseite www.computerkurs.com und meinem YouTube-Kanal findet ihr kostenlose Übungsbeispiele. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und drück bitte auf Kanal abonnieren. Viel Spaß mit den Übungen! In diesem Video schauen wir uns die Funktion in Excel an, subtrahieren, also Minus rechnen. Unter dem Video findet ihr wieder einen Link zu meiner kostenlosen Lernplattform und auch zu diesem Übungsbeispiel, dass ihr das bitte herunterladen könnt und gleich mit mir gemeinsam durchmacht. Wenn ihr das Übungsdokument offen habt, dann sehen wir hier eine kleine kurze Tabelle, wo wir einen Warenbestand uns genauer anschauen. Es gibt verschiedene Artikeln, es gibt Bestände von diesen Artikeln und Verkaufszahlen. Das heißt, wir haben 50 Jeans, und 15 sind verkauft worden. Wir sollen in der Zelle D4 den neuen Bestand ausrechnen, also subtrahieren, Minus rechnen. Der Ablauf ist genau das gleiche wie beim Addieren. Wir setzen uns zuerst in die Zelle hinein, wo das Ergebnis stehen soll. Das heißt, in die Zelle D4 hinein klicken und wir starten die Formel mit einem Istgleich. Großschreibtaste und 0, dann kommen wir zum Istgleich. Dann müssen wir Excel sagen, mit welcher Zelle wollen wir rechnen. Wir wollen mit der Zelle B4 rechnen. Und von dieser Zelle wollen wir die verkaufte Stück an Jeans abziehen. Das heißt, den Rechenschritt subtrahieren, Minus, und wir müssen Excel wieder sagen, was soll er von diesem Bestand an Jeans von der Zelle B4 abziehen, nämlich C4. Wir können das noch einmal kontrollieren. Istgleich für Formel starten, B4 minus C4. Der Bereich stimmt und wir können mit Enter bestätigen. Es wird hier gleich ausgerechnet und wir sehen hier oben in der Bearbeitungsleiste auch noch einmal die Formel. Mit einem Doppelklick in diese Zelle kommen wir auch noch einmal hinein und sehen hier, welche entsprechenden Zellen für die Berechnung der Formel herangezogen worden sind. Mit Enter komme ich wieder hinunter. So, beim Addieren-Beispiel haben wir auch schon kennengelernt. Das zeige ich hier genauso. Ich in meinen Kursen zeige meinen Kursteilnehmern nicht die Formel mit Istgleich, sondern ich starte die Formel mit einem Plus. Egal, ob wir Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren oder eine Funktion verwenden. Mit Plus kann man genauso die Formel starten. Excel macht dann automatisch, das ist gleich davor und der Vorteil ist ganz einfach, wir brauchen nur eine Taste dafür, die wir ganz rechts beim Nummernblock finden. Plus, dann sagen wir Excel wieder, was soll berechnet werden. Nämlich in dem Fall wollen wir den Bestand der Pullover als Basis nehmen und davon wollen wir die verkaufte Stückzahl abziehen. Das heißt, auch hier wieder Minus und C5 hineinklicken. Und auch hier der Bereich stimmt. Wir können wieder mit Enter bestätigen. In der nächsten Zelle, in der Zelle D6, aber bevor wir dort hingehen, schauen wir uns noch einmal kurz die D5-Zelle an. Mit Doppelklick sehe ich automatisch hier schon wieder die Formel und Excel macht mir hier dieses ist gleich Zeichen und auch oben in der Beabelungsleiste automatisch davor. Darum starte ich mit meinen Kursteilnehmern die Formel in Excel mit einem Plus und nicht mit einem ist gleich. Technisch richtig ist es aber bitte mit einem ist gleich. Das ist nur eine Schummelvariante, die in allen Office-Versionen bis dato funktioniert hat. So, in der letzten Zeile zeige ich noch was anderes her. Immer wieder, wenn ich Kursteilnehmer habe, die neu sind und noch nicht so viel mit mir zu tun gehabt haben, erlebe ich immer wieder, stehen Angabezetteln dort eben errechnen der Zelle D6 mit der Formel B6-C6 das Ergebnis. Und die Kursteilnehmer klicken meinetwegen auf Plus zum Formel starten, aber schreiben dann B6 selber hinein. Grundsätzlich, ihr könnt natürlich auch Zellbezüge wie B6, C6 und so weiter auch hinein schreiben. Das Problem ist aber, ihr werdet euch schwerer tun, euch mit diesem Koordinatensystem und mit der logischen Verknüpfung von den Inhalten in der jeweiligen Tabelle, das Ganze einfach zu begreifen und zu erfassen. Das heißt, dieses Hineinschreiben von Zellbezügen würde ich jetzt zum Beispiel nur machen, wenn ich sage, plus B6 und minus C6 und ich habe zum Beispiel eine lange Formel und ich muss noch minus das, minus das, minus das, minus das, minus das, minus das, minus das und ich brauche jetzt minus diese Zelle in E6. In dem Fall kann ich nicht in die Zelle E6 hinein klicken, weil meine Formel, die ich gerade eingebe, dort drüberlappend ist. Das heißt, sie verdeckt diese Zelle. In so einem Fall und zwar nur in so einem Fall würde ich persönlich den Zellbezug hinein schreiben. Das heißt, in dem Fall wäre es dann mit E6. Groß-Kleinschreibung ist hier egal. Excel versteht das automatisch. Das heißt, gewöhnt euch bitte an, wenn ihr neuen Excel-Sites nicht die Zellbezüge hinein schreiben, auch nicht, wenn es am Angabezettel sehr einfach zu realisieren ist, sondern wirklich schaut euch die Werte an, schaut euch die Inhalte an und klickt auf die jeweiligen Zellbezüge, die ihr braucht. In dem Fall ist das natürlich Quatsch, das brauchen wir nicht. Mit ESC auf der Tastatur ganz links oben ESC sagt ihr, Excel vergiss bitte, was ich gerade eingeben habe. Ich fange noch einmal an und Plus zum Formel starten. Und jetzt zeige ich euch noch die letzte Variante. Und zwar, wenn ihr nicht die Zellinhalte eingeben wollt und nicht hinklicken wollt, ihr könnt es auch mit den Pfeiltasten auf der Tastatur hin navigieren. Das heißt, Pfeil nach links und noch einmal nach links, kann ich auch so die Zellbezüge auswählen. Auch das probiert es einfach einmal aus, weil wichtig ist natürlich, dass euch die Rechenversion so angenehm wie möglich gemacht wird. Minus und wieder einmal Pfeil nach links und mit Enter bestätigen. Also auch mit dem Cursor-Tasten, mit dem Pfeiltasten auf der Tastatur könnt ihr die jeweiligen Zellinhalte oder Zellbezüge auswählen. Ich hoffe, das Beispiel hat euch gefallen und es geht gleich weiter mit dem nächsten. Gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Auf der rechten Seite kannst du gleich das nächste Übungsbeispiel durchgehen oder versuch einfach ein Gesamtbeispiel zu lösen. Viel Spaß bei den nächsten Übungen und danke für deine Unterstützung. Ibuiels 1,5 Uhr Untertitelung des ZDF, 2020